Willkommen zu Synomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen der Synomeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Drehfräsen mit Gegenspindel, Mehrkanaltechnik und Balance Cutting. Unsere Agenda für heute, Gegenspindelbearbeitung. Wozu benötige ich eine Gegenspindel auf einer Drehmaschine? Dann die Mehrkanalbearbeitung. Was verbirgt sich hinter dieser Mehrkanaltechnik? Und wieder unser Praxisteil an unserer Imco Hyperchurn 65. Aufbauend auf unserem letzten Video des Drehfräsens mit CY-Achse, heute die Thematik B-Achse und Mehrspindeltechnologie. Ein paar grundlegende Informationen zur Gegenspindel. Die Gegenspindel ist exakt gegenüber der Hauptspindel positioniert. Die Gegenspindel ist eine 100%ige Erweiterung zur Hauptspindel und somit hat man quasi zwei Maschinen in einer. Die Programmierung in der Synomeric Operate erfolgt genauso wie auf der Hauptspindel und die Steuerung transformiert die Geometrie und die Bearbeitungsreihenfolge und Bearbeitungsabfolgen automatisch auf die Gegenspindel. Die Funktion und die Handhabung der Gegenspindel lässt sich in vier wesentliche Funktionen unterteilen. Das ist einmal die Teileübernahme, dann die Unterstützung, Stabilisierung, die Positionierung und die Fixierung. Dies bedeutet im praktischen Sinne, das Bauteil ist in der Hauptspindel gespannt und die Gegenspindel greift das Teil und übernimmt es. Das heißt, es wechselt von der Haupt in die Gegenspindel und damit kann man diverse Bearbeitungen realisieren. Zum Beispiel eine rückseitige Bearbeitung, sprich um die Rückseite plan zu drehen oder zu bohren oder wie auch immer. Die Unterstützung, Stabilisierung als zweiter Punkt ist dahingehend von Bedeutung, dass wenn ein Teil eine gewisse Länge hat und daraus resultiert zum Beispiel eine Unwucht oder eine Vibration, kann die Gegenspindel unterstützend hier eingreifen und man kann das Teil entsprechend besser bearbeiten. Der dritte Punkt wäre die Positionierung. Die Hauptspindel greift das Teil, die Gegenspindel übernimmt und zieht es auf eine definierte Position und dann kann weitergearbeitet werden. Und der vierte Punkt wäre die Fixierung, sprich in der Hauptspindel gespannt soll hier das Halbzeug oder das Bauteil abgetrennt, sprich abgestochen werden, dann greift die Gegenspindel das Bauteil und es kann gefahrlos bearbeitet werden. Ein daraus resultierendes Umherfliegen ist somit ausgeschlossen. In der Synumeric Operate wird am Anfang des Programms festgelegt, ob eine Gegenspindel zum Einsatz kommt. Ist dies der Fall, wird im intelligenten Gegenspindelzyklus ausgewählt, was genau die Funktion der Gegenspindel ist und eben die vier vorab besprochenen Funktionen stehen zur Auswahl bereit. Nach der Programmierung kann man in der Simulation den realistischen Bearbeitungsprozess vorab sich simulieren und darstellen lassen. Allgemeine Merkmale der Merkkanaltechnik. Die Kanalität einer Werkzeugmaschine richtet sich nach der Anzahl der Werkzeugträger. Das heißt, bei mehr als einem Werkzeugträger, zwei, drei oder vier, spricht man dann von einer Mehrkanalmaschine. Für jeden weiteren Werkzeugträger muss ein weiterer Kanal bereitgestellt werden. Am Anfang des zu erstellenden NC-Programms wird festgelegt, ob ein einkanaliges oder ein mehrkanaliges Programm erstellt werden soll. Ist das der Fall, dass ein mehrkanaliges Programm erstellt werden soll, wird in diesem festgelegt, welcher Kanal der Führungs- und welcher Kanal der Folgekanal ist. Sehr wichtig ist das Setzen bzw. Positionieren von sogenannten Weight-Marken, das sind Warte- bzw. Synchronisationsmarken, um eine Kollision der sich in Bewegung befindlichen Werkzeugträger zu verhindern. Eine wichtige Funktion in der Merkkanaltechnik ist das Balance-Cutting. Dies bedeutet, dass zwei Werkzeugträger zur gleichen Zeit am gleichen Bearbeitungsprofil arbeiten. Dies dient einerseits zum Ausgleich der Schnittkräfte, weil beide Werkzeuge, die Schnittkräfte der Werkzeuge, sich gegeneinander aufheben. Und andererseits dient es auch zur Erhöhung des Spanvolumens. Dies bedeutet, wir unterscheiden hierbei einmal zwischen der synchronen Bahnführung der Werkzeuge und einerseits zwischen der asynchronen Führung der Werkzeuge. Man spricht auch von der versetzten Bahnführung der Werkzeuge. Bei der synchronen Bahnführung der Werkzeuge, dies benutzt man üblicherweise zur Erhöhung des Vorschubes, zur Verdoppelung des Vorschubes. Und die versetzte Bahnführung der Werkzeuge nutzt man üblicherweise dazu, dass die Zustellung verdoppelt wird. Jedes Werkzeug arbeitet mit der anderen Zustellung am gleichen Bearbeitungsprofil. Für die Herstellung unseres Beispielwerkstückes, in diesem Fall eine Werkzeugaufnahme des Typs HSK, sprich Hullschaftkegel, Größe 100, nutzen wir eine Drehfräsmaschine mit folgender kinematischer Konstellation. Der Kanal 1 ist eine Frässpindel, die sogenannte B-Achse. Diese rotiert um Y und lässt sich beliebig in jedem Winkel zum Werkstück positionieren und einstellen. Dabei ist es unerheblich, ob auf der Haupt- oder zur Gegenspindel. Beides ist möglich. Kanal 2 ist ein Werkzeugträger, ein Werkzeugrevolver, der sich unterhalb des Werkstückes befindet. Das ist der Kanal 2. Die B-Achse, die Frässpindel, Kanal 1, die um Y rotiert, kann sowohl Dreh-, Bohr- und Fräswerkzeuge in die Spindel aufnehmen. Das Beispielwerkstück, den HSK 100, fertigen wir auf einer zweikanaligen Drehfräsmaschine. Kanal 1 ist hierbei unsere Frässpindel, die oben liegende B-Achse. Kanal 2 ist der unten liegende klassische Revolver. Und auf der linken Seite sehen wir die Hauptspindel mit unserem Rohteil, das wird zuerst bearbeitet. Und auf der rechten Seite sehen wir die Gegenspindel. Die übernimmt dann zum Programmende hin das Halbzeug, also das halbfertige Werkstück, um es dann der fertigen Bearbeitung zuzuführen. Und so wie die Kanäle physisch auf der Maschine vorhanden sind, sind die selbstverständlich auch in der Steuerung vorhanden. Kanal 1 auf der linken Seite ist unsere B-Achse. Kanal 2, unser Revolver, ist auf der rechten Seite. Hier auch nochmal farblich abgegrenzt. Und man sieht auch, es sind zwei völlig unterschiedliche Programme, die unabhängig voneinander ausgeführt werden, aber mit unseren besprochenen Weightmarken synchronisiert werden, um Kollisionen zwischen den Werkzeugträgern zu verhindern. Und das Abarbeiten des Programms, diesem geht ein Check mit der Simulation voraus, um das Ganze auch realistisch zu überprüfen, was passiert im Produktionsprozess. Hier realistisch ein dreidimensionaler Blick auf beide Spindeln, Haupt- und Gegenspindel. Und es steht auch noch ein Halbschnitt zur Verfügung, hier speziell wichtig für die Innenbearbeitung. Hier kann man quasi reinschauen in das Teil. Auch ein seitlicher Blick im Volumenmodellformat ist zur Verfügung, genauso wie die Frontansicht beider Spindeln. Und wieder zurück zum dreidimensionalen Blick. Nach erfolgreicher Prüfung durch die Simulation starten wir die Abarbeitung an der Maschine. zu schneilen in der Maschine in der Maschine. Und wieder zurück zum Spracheniriue gemeinsam wird am català Kraft aus Informationen in Deutschland 인터� fond action. Hier wird derンチeroberin der Aschine verfolgen, die jetzt nicht so viele Prozess. An stack un decrease überschaust für die Bienkindeln. Und wieder einmal überd Tsélen wiederholfen. Das vendorische Schritt wird verdousse沙 plat als EVERY braucht. Laurent Later um das Auto cheer das auch von dreidimensionalen wären. Musik 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 In unserem heutigen Video haben wir uns mit zwei Themen beschäftigt, die Gegenspindelbearbeitung und die Mehrkanaltechnik. Aus Sicht des Anwenders sollte beachtet werden, er sieht sich erstmal mit erhöhten Anschaffungs- und Unterhaltskosten von Maschinen und Werkzeugen konfrontiert und der Schulungsaufwand der Bediener ist höher. Aber die Vorteile für den Anwender überwiegen deutlich. Zeitersparnis durch Reduzierung der Rüstzeiten und Maschinenstillstandszeiten sowie die Senkung der Durchlaufzeiten sind enorm. Und natürlich daraus resultieren auch kürzere Lieferfristen sowie ein flexibler Maschinenpark. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.